Herzlich Willkommen bei Ramm Unbox. Heute habe ich für euch Benzin Parfüm dabei. In einer wunderschönen Aufmachung, die ich einmal mit euch anschauen möchte. Ja, Gute Parfüm ist im Jahre 2023 erschienen, ist für Frauen und Männer. Und wie gesagt, handelt es sich hier um die Parfümreihe Benzin oder um das Parfüm Benzin. In so einem Fass, wirklich sehr groß. Also hätte ich auch nie gedacht, dass es so ein Riesenfass ist. Aber macht auf jeden Fall schon mächtig was her. Dann haben wir hier oben das Logo für leicht entzündlich. Schwarzer Streifen in Rot, Benzin, Rammstein und dann nochmal Information. Dann haben wir hier unten so ein Sicherheitsband, das auch da wirklich original verschlossen ist. Und dann hier auch nochmal Benzin draufstehen und auch nochmal Information. und ist auf jeden Fall auch wieder sehr Fingerabdruck anfällig, merke ich hier gerade. Weil ich habe das vorher schon mal aufgemacht, habe da schon mal dran gerochen, wie es riecht, ob es für mich persönlich auch was ist. Ja, und hier unten haben wir auch nochmal Information, die ich euch gerne nochmal reinhalte. Sehr schön. Ja, dann kann man hier einmal aufmachen. Und dann haben wir hier so einen Behälter, wo hier so ein Schaumstoff drin ist. Wirklich sehr schön. Also macht schon mächtig was her, die Büchse hier. Dann haben wir hier drinne das Parfüm in so einer Tasche. Schaumstoff drinne, kann nichts passieren. Und dann haben wir hier das Fläschchen. Haben wir hier das Rammstein-Logo in Rot abgebildet. Und dann hier so ein gezeichnetes dabei. Von der Seite haben wir dieses Bild. Und hier, das finde ich ganz interessant, haben wir dann die chemischen Formeln, wie Benzin dann zusammengesetzt ist. Das ist auch wirklich sehr interessant. Dann haben wir nichts. Hier unten haben wir nochmal Information. Jawohl. Und dann haben wir hier oben auch so einen Verschluss, der aussieht, wie wenn man vom Rasenmäher das Benzinzeug hier in so einem 5-Liter-Kanister hat. Die haben ja auch hier die Verschlüsse, die man dann so drehen muss. Den hier muss man nicht drehen, den kann man einfach so aufzupfen. Und dann kommt man schon an das gute Zeug dran. Wirklich sehr schön gemacht. Riecht auf jeden Fall sehr intensiv. Muss man dann selbst ausprobieren, ob es für einen ist. Ich bin da kein Parfüm-Experte, deswegen will ich hier jetzt auch nichts Falsches sagen. Es riecht auf jeden Fall sehr intensiv und damit auch sehr gut. Also merkt man direkt. Ja, wirklich eine sehr schöne Verpackung. Und das Parfüm selbst, wie ihr jetzt sehen könnt, ist blau. Also so wie die Farbe hier von dem Eimer hier ist. Ich fahre aber auch blau, kommt wirklich sehr gut rüber. Jawohl, hat natürlich einen stolzen Preis mit der Verpackung hierbei. Knapp an die 70 Euro. Also wem die 70 Euro lieb sind oder das Parfüm schon zu Hause hat. Kann ja gerne mal unter den Kommentaren schreiben, was seine Eindrücke von dem Parfüm hier ist. Oder ob es sich da jemand noch zulegen möchte. Auf jeden Fall eine sehr schöne Aufmachung. Sieht im Schrank auf jeden Fall sehr schön aus. Und macht schon was her bei der restlichen Sammlung, die hier vorhanden ist. Ja, wenn dir der Kanal gefällt, dann abonnieren, Glocke aktivieren. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.